Willst du vielleicht kurz das Mikrofon abgeben? Also, es ist wirklich erstaunlich. Wir kommen immer mehr und mehr zusammen. Danke an alle. Okay, nur eine Ankündigung. Einige wissen nicht ganz genau, wann am Samstag wir was machen. 13 Uhr, bitte 13 Uhr bei der Oper. Richtig. Und wir marschieren zum Parlament. Ist das so? Okay, also das ist wichtig, ja. Das ist im Platz. Stefan, darf ich noch was sagen? Also zu der österreichischen Justiz und dem Fall Westenthal. Vielleicht haben Sie das verfolgt in der Zeitung. Der Westenthaler war damals verantwortlich. Und es geht um 2 Millionen Euro, die er eigentlich für die Jugendförderung im Fußballverein verwenden sollte. Und tatsächlich hat man alte Schulden vom Fußballverband bezahlt damit. Und jetzt gibt es einen Prozess, einen Riesenprozess. Man hat schon den Strohnacht aus Kanada geholt. Man hat schon den Wolfgang Schüssel, dem ehemaligen Regierungschef, als Zeugen geholt. Und einmal musste ich dem Wolfgang Schüssel recht haben. Er hat gesagt, dass sich dieser Prozess hat schon mehr als 2 Millionen gekostet. Um die 2 Millionen geht das. Und Freunde, ich sage Ihnen eines. Diese Justiz, ja, Westenthaler wird angeklagt. Wirklich, die ganz großen Schuldigen, die Karl-Heinz Grasser, die laufen immer noch frei herum. Und es gibt keine Anklage. Also, ich denke, die Justiz macht das so, dass sie in irgendeinem bläden Nebenfall wahnsinnig viel investiert. Und natürlich kommt dann da raus, der Westenthaler, geboren, Hoyasch, wie gesagt, ist unschuldig. Oder es war nichts Großes. Und dann denkt man sich, naja, eigentlich die ganze schwarz-blaue Regierung war unschuldig, weil in diesem bläden Nebenfall nichts, nichts, nichts. Also, ich muss sagen, ja, die österreichische Justiz, da kann man gar nicht laut sagen, also, die sind alle so schwarz, schon mit schwarzem Muttermilch, hätte ich gestillt. Die kennen gar nicht anders, als sämtliche schwarze Ex-Politiker und Politiker immer frei zu sprechen. Okay, danke.